Jetzt da! Du schiefes Alter! Soooool Herhoooool Leute willkommen zurück Und jetzt mit der Final Round Nämlich Der Flash Also nicht Flashbound, der Boss So Der Boss ist jetzt dran Wie gesagt sorry Ich hab das jetzt einstellen müssen Mit Playstation Mit Aufnahme Ja wisst du Aufnahme Ich find das echt zu laut Also Ich hab das einstellen müssen Auf 60 Minuten Dass das nicht wieder auf Eine halbe Stunde drauf bleibt Ich hab äh Wie ich jetzt gemerkt hab Ist das teilweise Also manchmal zu kurz Ich will eh nicht schauen Dass sie eigentlich über eine halbe Stunde kommen Wenn das jetzt sowas ist Ist halt blöd Na wenn man mit den Darlinen aufhört Ja Ich hab jetzt einfach gesagt ich Mach das so Dass ich Jetzt den Bosskampf noch mach Und Dann halt noch Eine kurze Runde noch an Oder das von 5 Runden oder 3 Runden oder sowas Und Tja Und Es ist der Patriarch Und ich habe ein paar neue Tricks gelernt Ja Du dumme Sau Ich hasse ihn wirklich Du bist verdeckt Und ich kann dich sehen Ich habe mich jetzt Mit dem Oh Scheiße Ja Schitterer Jo Chill amal Digga Braucht jemand Kugeln? Ja Ich brauche keine Kugeln Einer nach dem Anderen Ja Einer nach dem Anderen Ich werde mich an eurer Zeit für eine direkte Herangehensweise Den lauf ich jetzt hinterher Das ist so... Das ist so kacke, dass er immer da vorne rennen muss Und da seine scheiß Sets schicken Das ist so ein Feigling-Patriarch, das kann ich dir echt sagen Immer raus aus der Map laufen Das nicht kannst du, dumme Sau Ja, super, jetzt bin ich nicht ausgewichen Ja, ich brauch Kugeln, bitte, gib mal ein paar ab Das hast du nicht erwartet, oder? Ja, eigentlich schon Ich glaub schon ein paar Mal bin ich gekämpft Nicht beenden wir diese Fahrze Arschloch! Ja, jetzt! Ihr Scheißkinder halt Hoppla Ja, der Bote wird sterben Ja, der Bote wird sterben Ja, das ist mir super scheißegal, wer ist der Patriarch Jetzt fühlst du dich wieder stark, gell? Wenn du ein bisschen Leben wieder rein zogen Kannst du ein bisschen Koks rein zahlen Oder sowas, ein bisschen Quack Und dann fallen geht's schon wieder, gell, Patriarch? Ja, es mir egal, ob es in der Nähe bist oder nicht Du musst einfach noch herkommen und ich fick dich Ja, was soll denn das? Da ist er ja! Ja, ich will seinen Scheiß setzen, dass er da immer was schicken muss, ne? Oh, bist du hin? Nein, 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 nein! Du, du dumme Sau Du dumme Sau Du dumme Sau Du bist so ne dumme Sau So viel Blut Ja, was ist für den Tod, oder? Ja, du rennst immer nur davon Ja, ich bring deine ganzen Babys um Oh mein Gott, was wäre jetzt ich? Brrrr Du dumme Sau Ja, dumme Sau, du! Ja, was das soll? Ich bring dich unter? Ja, siehst du ja Wap wap wapa Da Isha Wind dort Da Isha Wind dort Sieg, Leute Brrrr Schiess, sieg schnell sie haben wir das auch geschafft schaut doch gar nicht mal so schlecht aus dann gehen wir wieder zurück zum start und beginnen wir mit noch einer runde und spieler solar londoner paris nah nehmen wir was anderes nehmen wir keine ahnung monsterbau ich bin gut kurz vier wählen vier wählen machen wir und ich hätte aber gesagt jetzt spielen wir mit was anderes außer kommando wir spielen mit mit was spielen wieder ausrüstung auf urteile mannisch scharf schütze ich bin wir scharf schütze scharf schütze ist gut scharf schütze bereit kuckuck da bin ich er sucht zumindest ein paar minuten durchzuhalten ja da della tendier ist munition auf geht's so no scope in einem schützen no scope no scope no scope alle dort hier wieso alle dort also wenn ich umgebracht ja ja ihr habt diese wille fast geschafft wenn er fast geschafft ja ich mache eh schon, ich gehe noch zum monsterbau er will auch mit tanzen nicht kämpfen drop base not bombs oder drop bombs not base meine großzügigkeit die kapseln zu aktivieren wird nicht ewig anhalten schweig beidem ich mag diese hitze ein markt ist heiß aus da ist Kuckuck was hält die der Allerf der Leiche Nein, das wäre nichts Neues in dem Spiel. Ein Scheiße! Ah, wo war das nochmal? Ah, oh mein Gott, jetzt da! Nein! Wie, wie konnte man das besser? Ah ja, so. Machen wir ein bisschen Nahkampf, Leute. Kommt her, jetzt. Wege scheiße. Gucken an. Ich hasse diese Scheiße. Viecher. Oh, was haben wir denn da? Ich jenes. Bam. Eine geile Schrotze. Fetz. Kümmert euch um die Reste. Renfret wird sicherstellen, dass sie korrekt recycelt wird. Alle tot. Wie in einem Schützen noch. Haben noch nicht alle tot. Oh, Spinne. Hallo. Guckuck, jetzt alle tot. Wiegt mir wir uns wieder Blut und Gewalt? Das geht aber nicht. Bottelflip. Machen wir ein bisschen Bottelflip. Machen wir ein bisschen Bottelflip. So, jetzt schauen wir uns noch die nächste Kapsel. So. Beschädige die Kapsel nicht. Sie ist mehr wert als du. Bezweifle ich das jetzt mehr wert als ich ist, aber... Okay. Jetzt freu ich mich, ob ich... Die Armbrust hole ich auf jeden Fall. Armbrust ist immer ein Muster. Nicht Muster. Sondern Muster. Sondern Muster. Das heißt, darin sind keine Sets erlaubt. So. Sorry. Wenn man die Munition wieder aufsammeln kann. Die sparsamste Waffe da zum Spiel, finde ich. Irgendwann kann gleich mehr eine Gegend auf einmal erledigen, wenn ich mal treffen würde. Oh, da hat ja... Ein Ivan weniger. Jetzt da! Du schiefes Sau, alter. Ein Schrei halt. In den Adennen, nicht? Genau, wie in den Adennen, nicht? Wie in den Adennen, offensieren. Und alle Weg wieder. Und alle Weg wieder. dass die nächste herausforderung ist das problem ist immer hier jetzt weiß ich nicht wie viel leben die noch haben jetzt stirb doch die kapsel ist aktiv benutzt eine kohle um dir noch ein paar sekunden des lebens zu erkaufen die musik nicht der kopf mehr kämpfe ich mir das spiel jetzt noch zwei runden sind wir schon fertig und dann haben wir wieder einen wunderschönen part wunderschöne folge im casting es ist so warm hier drin ja es kann schon sein so jetzt ist die frage wie gab es jetzt wenig munition ich glaube ich kaufen die akko ist glaube ich gescheiter hat viele munition für nahe kampf werde ich auf die armbots umsteigen oder naja dinge die eigentlich noch gut noch die ziemlich genau geil jetzt nach dass immer kugeln drin sind kuhl war jetzt ist es auch nicht schlimm wo dann auf einmal leer wäre oder halt in markierten gebiet sind keine setze erlaubt auch meine klone nicht ich hab dann ist mir das egal was ist das ein geist ach die glocke ja genau die glocke ah die waffe taugt noch die ist echt geil die ist wenn man nicht spielt fällt mir gar nicht auf Die taugt noch mal richtig, muss ich sagen. Die taugt noch die Waffe, ja? Die ist nice. Die ist super zum Sets töten. So, oder? Die töten wie die restlichen. Sieh nur mehr 19 Sets. Gute. Gute. Geht schneller, geht schneller. Geht schneller. Geht schneller, Sets töten. Sehr schnell. Und da höre ich, Flashbound. Wieso ich nicht Kettlesein Freddy hier? Wieso ich nicht Kettlesein Freddy hier? Ich schließe, wenn sie davon fliegen. Komm. Nein, der Dicke. Der wäre geil gewesen, wenn sie ihn davonkaut. Gute. Ja, die Dicke. Die Dicke. Die Dicke. Wie mal zum Mittelalter wieder. Scheiße. Die Dicke. Ich muss etwas kompensieren, ganz klar, ich muss so viel kompensieren in meinem Leben. Weil ich so einen kleinen Penis habe. So einen kleinen Penis. So winzig klein, ich tue mir selbst schwer und pinkeln. Ich finde den nicht einmal. Ich brunze mich immer selber gegen die Haut. So klein ist der. Ich bräuchte, das fließt alles wieder retour. Genießt die Händler Kapsel, solange du noch kannst. Kleines Schweinchen. Schweinchen? Sind wir nicht so nett. Das fühle ich mich gekränkt. 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 Was ist das? Meine Sets sind gleich da. Versuch dir bei ihrer Anwund nicht in die Hose zu machen. Oh, der geht eigentlich zu dem Fleshbound. Die Flashbounds sind eigentlich dann nicht schick, die sind so leicht zu besiegen. Und er ist eigentlich auch nicht so richtig schwarz besiegen. Jetzt kennst du's besser. I'm a dead, Moni. Ah, Moni meine ich natürlich. Nicht Moni. I'm a dead. Scheiße. Ah, das war gar nicht ja. Alle fern, blass ich. Er ist einfach mal blass ein Blech. Mann, Scheiße. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh! ansteckte aber sie sind das für eine scheiße feststecken alter mann digger Na ja, Leute, ist ja egal, so, da haben wir es halt geschafft, zwinker, zwinker, weil ohne den feststecken wäre ich leicht gewesen, aber ich hasse dieses Spiel, wenn man da feststeckt irgendwo kommt einfach nicht mehr weg, dann musst du diese scheiß Viecher umbringen oder dafür. Na ja, das ist halt meine Inkompetenz in diesem Spiel teilweise. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, wir sind mal wieder so auf 20 Minuten gekommen und ich wünsche euch einen schönen Tag oder weiß ich nicht was, habt ihr den Ohren steif und abonnieren und liken nicht vergessen und Kommentare, falls ich was besser machen kann und dann sage ich nur Tschüss, auf Wiedersehen.